Heute geht es um eines der wohl vernachlässigsten Themen auf der Rennstrecke mit dem Motorrad. Und zwar reden wir explizit über das Knieschleifen auf der Rennstrecke. Ist es wirklich so wichtig oder ist es einfach nur Show und ist total überbewertet? Wir werden es erfahren nach dem Intro. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Matthias und hier geht es lediglich um Motorrad auf Rennstrecken. Wenn du deine Meinung darüber, ob das Knieschleifen denn wichtig ist oder nicht schon hast, dann drück doch einfach mal jetzt kurz auf Pause und schreib deine Meinung jetzt im Vorherein schon mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, bevor du überhaupt weiterschaust. Das Knieschleifen, ja, auf der Straße ist es wohl so, da freut man sich wohl, wenn der Angststreifen vom Motorradreifen hinten weg ist und das Knie endlich mal am Boden ist. Und auf der Straße geht es in der Regel eigentlich nicht wirklich immer, weil du hast viel Gegenverkehr. Du siehst den Gegenverkehr nicht immer, du brauchst beim Knieschleifen gerne mal die ganze Straße und brauchst dementsprechend viel Kurvenspeed, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Deswegen kannst du das in der Regel auch nur irgendwie in sehr pentinen oder sehr engen, langsamen Kurven machen. Aber bei Kurven mit 200 kmh auf der Landstraße wird das Knieschleifen dann doch schon sehr gefährlich und davon würde ich wirklich abraten. Auf der Rennstrecke ist das Knie eigentlich mehr ein Instrument oder um genauer zu sein, ein Werkzeug. Ein absolut notwendiges Werkzeug. Warum ist es so? Wenn du mal den Profis zusiehst, ohne jetzt dem Profi nachmachen zu wollen, aber denn das, was die Profis machen, hat vermutlich irgendwo seine Berechtigung und auch seinen physikalischen Hintergrund. Natürlich sieht es toll aus, was Marquez für einen Fahrstil abliefert und alle wollen gerne so wie Marquez fahren, außer sie sind Marquez-Feinde und Rossi-Fans, wie auch immer. Aber es hat einen wirklich fundierten Hintergrund, dass Marquez so fährt und das Ganze ging halt erstmalig mit dem Knieschleifen los, bevor überhaupt dieses Ellbogenschleifen dazu kam. Wenn man sich das Ganze jetzt genauer anschaut, dann fällt einem auf, dass diese MotoGP oder Superbike-WM-Fahrer alle schon beim Anbremsen das Knie draußen haben oder eventuell auch den Fuß am Boden haben. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Es nennt sich auf Englisch gesagt Leg-Dangle. Das gehen wir hier jetzt in diesem Video nicht ein, sondern es geht hier lediglich ums Knieschleifen. Warum ist es so, dass der Profi dieses Knie beim Anbremsen schon rausstreckt und das im besten Falle im 90-Grad-Winkel zum Motorrad? Es hat mehrere Hintergründe. Als allererstes kann sich der Fahrer zusätzlich zu dem Abstützen am Tank mit dem äußeren Fuß, auch noch mit dem inneren Fuß, besser am Fußrasten nach hinten drücken, weil die Fliehkraft will ihm ja letztendlich nach vorne katapultieren und er will sich im Endeffekt nochmal an einem weiteren Punkt einhaken und das kann in dem Fall auch dieser innere Fußraste sein, an dem er das Knie schon im 90-Grad-Winkel vom Motorrad wegstreckt. Ein weiterer Punkt wird oft sehr vernachlässigt. Die Vorbereitung für den Kurveneingang kann ich somit im Endeffekt viel einfacher vollziehen, weil wenn ich das Knie schon nach rechts draußen habe, dann setze ich schon dementsprechend auf der richtigen Position auf dem Sattel und kann den Kurveneingang leichter einleiten, im Endeffekt genau dann, wenn ich es will. Und dann habe ich einen Riesenfaktor, den sehr, sehr viele vergessen, der dann noch mit dazu kommt und zwar wir haben einen gewissen Fahrtwind und diesen Fahrtwind, den können wir uns auch zum Nutzen machen. Der Fahrtwind tut uns zwar in der Regel so auf den schnellen Geraden eventuell auch ein bisschen Probleme verschaffen, indem wir sehr viel Unruhe ins Fahrzeug kriegen, je nachdem wie hoch die Kanzel oder wie hoch die Scheibe ist, aber der Fahrtwind kann auch zum Nutzen sein und in dem Fall agiert unser Knie eigentlich wie eine Art Flügel beim Motorrad. Denn halt mal bei ungefähr 200 kmh deine Hand aus einem Autofenster, dann weißt du, wie viel Wind das letztendlich lediglich auf deiner Hand ankommt und jetzt stell dir das vor, was auf dieser großen Fläche von Oberschenkel, Knie und Wadenbein letztendlich dazukommt. Diesen Wind mache ich mir selber oft sehr zum Nutzen, damit das Motorrad leichter einlenkt. Das heißt nicht, dass der Wind letztendlich meine komplette Aufgabe des Lenkens bezugnehmend auf Körperhaltung und Lenkimpulse mir abnimmt, aber bei sehr schnellen Kurven verleichtert mir das Ganze dieses Einlenkverfahren. Zum Beispiel, wenn du in Misano fährst, auf die Kurvone, da kommst du mit 250 kmh an, du lupst nur kurz einmal im fünften Gang das Gas und legst ein, da kannst du jeden Wind dazu brauchen und alles, was neben das Motorrad kommt, tut sich das Motorrad automatisch in diese richtige Richtung bewegen und er vereinfacht dir bei weitem mehr das Einlenkverhalten. Und deswegen ist es schon mal der erste Grund, warum das Knie definitiv draußen sein soll. Im Endeffekt, mit dem Abstützen des Anbremsens haben wir eigentlich schon den zweiten Punkt. Was ist noch relevant, warum das Knie so wichtig ist? Man sieht die Profis, die haben alle im 90 Grad Winkel beim Anbremsen das Knie draußen, wie ich schon erwähnt habe. Und das hat folgenden Grund. Die wollen erstens Wind, zweitens Bremse und drittens, sie wollen so schnell wie möglich Bodenkontakt. Das heißt, diese Knieschleifer hier aufs Limit abzuschleifen, ist nicht, weil sie deswegen cooler sind oder weil sie deswegen noch mehr Knieschleifer umsonst geschenkt bekommen, beider, weil wir müssen die bezahlen wie Hobbyfahrer, sondern es ist wichtig, so schnell wie möglich einen Bodenkontakt zu haben, um zu wissen, wie schräg ich bin. Weil wenn ich das Knie im 90 Grad Winkel vom Motorrad weg habe und als ersten Bodenkontakt, dann weiß ich ungefähr, aha, das ist so, der erste Step jetzt kann ich noch ein bisschen und dann ist schon langsam Feierabend. Ist das nicht reinstecken, Romantik? Apropos Asphalt, weil ich hier gerade so rumliege, wenn du mehr zum Thema Asphalt wissen willst, es gibt bei mir auch die Möglichkeit, Mitgliedschaften zu buchen. Da gibt es so spezielle Videos, wo es auch so um so Asphalt-Themen und Fahrwerk und so ganz, ganz wichtige, relevante und auch längere Videos, wenn du darüber interessiert bist, übrigens kurzer Ad von mir, sorry, unten in der Beschreibung gibt es ein Video, wie werde ich Mitglied, da erkläre ich dir das Ganze. Weiter geht es im richtigen Video. Und deswegen wollen die so früh wie möglich Bodenkontakt, um zu wissen, wie schräg sie sind. Ein weiterer Punkt, das war jetzt der dritte, ein weiterer Punkt ist im Falle eines Falles, wenn das Vorderrad rutscht oder wenn das Hinterrad rutscht. Es heißt nicht, dass wir Hobbyfahrer das lediglich oder letztendlich umsetzen können, aber wir haben zumindest eine bessere Chance dadurch, als wenn wir es nicht machen. Wir können im Falle des Falles irgendein rutschendes Rad abfangen. Ein König wie Marquez könnte das nie machen, wenn er diesen Bodenkontakt nicht hätte. Weil wenn er erstmal so weit runter oder so weit runter mit dem Knie fallen müsste, bevor er überhaupt eine Chance hat, diesen Reifen wieder zurückzuholen, hätte er überhaupt keine Zeit, überhaupt zu agieren. Dann wäre das Vorderrad jedes Mal weg. Er fängt es aber immer ab, weil er das Knie immer am Boden hat, egal wie schräg er ist. Das heißt, er hat den 90 Grad Winkel vom Motorrad, setzt das erste Mal auf, zieht das Knie weiter ein, erhöht die Schräglage am Motorrad. Das heißt aber nicht, dass er deswegen das Knie einzieht und versucht, den Bodenkontakt nicht zu haben, sondern er muss es zwingendermaßen einziehen, damit er das Motorrad schräger bekommt. Aber er hat trotzdem einen Druck auf dem Asphalt, um im Falle des Falles reagieren zu können, um auch zu wissen, wie schräg er ist. Und im Endeffekt soll das Ganze funktionieren wie eine Art Zirkel, so dass das Knie quasi von Anfang an bis zum Ende der Kurve am Boden ist. Und der nächste Vorteil ist, wenn du am Kurvenausgang schon deine Gerade vor dir hast und das Motorrad aufspannst und beschleunigst und dein Knie im Aufrichtmoment des Motorrads wieder nach außen im 90 Grad Winkel machst und dann irgendwann feststellst, ah, jetzt erreiche ich den Boden nicht mehr und das Knie im 90 Grad Winkel zum Motorrad ist, dann weißt du, dass du jetzt nicht mehr so schräg bist und definitiv mehr Grip zur Verfügung hast, als wenn es noch am Boden ist. Denn das Indiz für die Schräglage oder der Indikator für die Schräglage ist ganz schwierig in der Optik zu erkennen, weil egal wie schräg du deinen Kopf hast, egal wie schräg der wird, dein Auge gleicht den Horizont immer aus. Und vor allem, wenn du im Laufe der vielen Runden in eine Art Flow oder Fluss kommst, dann verliert man gerne den Bezug zur Schräglage und dann wird es gefährlich. Und dann sind solche Indikatoren wie das Knie absolut entscheidend und ist ein absolut, absolut wichtiges Thema, ein wichtiges Werkzeug für jeden Rennstreckenmotorradfahrer. Warum bin ich darauf überhaupt gekommen? Die Nicole hat mir ein Foto geschickt und ich habe es kurz angeschaut. Schaut sie mal rein. Nicole hat mir ein Foto geschickt. Nicole, danke fürs Foto. Kurzen Tipp von mir. Schaut schon ganz gut aus, aber essentiell. Knie rausnehmen. Übe das ganz bewusst. Das ist wichtig. Kommt mal wieder dazu, aber ganz bewusst Knie rausnehmen. Und versuch den Bodenkontakt, das ist sehr wichtig. Wirklich essentiell kannst du dich nur verbessern, wenn du das machst. Also versuch wirklich das Knie vom Motorrad wegzustrecken und so richtig den Boden zu suchen. Dann kannst du damit auch viel mehr Druck drauf bringen. Danke Nicole, du kommst auf jeden Fall auf. Und das Ganze fällt mir in letzter Zeit ziemlich oft auf. Ich fahre in den letzten zwei Wochen 4000 Kilometer Rennstrecke und das in der Regel mit euch, mit Schülern, mit allen, die bei mir ein Instruktortraining buchen und gebucht haben. Und da wird das Thema Knie tatsächlich unterbewertet. Und ich schaue mir das so einen Turn an und dann frage ich, wie viele Knieschleifer brauchst du? Naja, reichen mir so zwei Jahre, so ein Satz. Ganz ehrlich, versuch, spar nicht an den Knieschleifern. Die sind wichtig, die sind ein wichtiges Indiz. Ich habe hier diese Holzknieschleifer von Powerface. Mir gefallen die in den Farben, die sie gibt. Und ich finde das Holz auch sehr angenehm, wenn es am Boden gleitet, weil das nicht so rau ist. Ich verlinke die gerne unten in der Beschreibung. Die gibt es auch in Amazon. Ich glaube, die stellen ein Deutscher her. Also ich habe keinen Bezug zu denen, aber die sind halt gut. Ich habe die gerne oben. Und da habe ich auch immer zwei, drei, vier Sätze. Als Ersatz dabei, um im Falle des Falles immer dementsprechend tauschen zu können. In der Regel brauche ich die rechten Knieschleifer mehr als die linken, weil, naja, die meisten Rennstrecken sind rechts rum. Ist einfach so. Ich tausche die dann auch mal von rechts nach links durch. Aber die rechten werden definitiv mehr gebraucht als die linken. So, jetzt würde mich interessieren, inwiefern du das Thema Knieschleifen für so wichtig empfunden hast. Ich habe dir hier jetzt ein paar Punkte gesagt und ich zeige dir und ich habe dir auch nebenbei ein paar Dinge gezeigt, wie das bei den Profifahrern ausschaut, wie es bei mir ausschaut. Und ich denke, du sollst dir darüber vielleicht auch mal Gedanken machen. Viele sehen das Thema nicht so wichtig und haben vielleicht auch nicht die Möglichkeit, so die ganze Kurve mit dem Knie zu schleifen. Aber dann setze ich schon die richtige Körperhaltung voraus, dass auch im 40, 45 Grad Winkel das Knie schon, also im 40, 45 Grad Winkel Schräglage das Knie schon am Boden anliegt, wenn das Knie im 90 Grad Winkel vom Motorrad weggestreckt ist. Und dann kannst du es mit Aufbauern der Schräglage nochmal weiter einziehen. Mein weiteres Indiz dann dafür, wann jetzt wirklich diese maximale Schräglage erreicht ist, ist der Ellbogen. Das ist aber auch mehr links als rechts, weil rechts ist es doch um solches viel schwieriger. Aber du merkst schon, wenn du das Knie einfach weiter reinnimmst, weiter reinnimmst von dem 90 Grad Winkel zum Motorrad weg und dann wieder zurückkommst, wann dann ungefähr so Feierabend ist. Und dann liegt auch meistens der Ellbogen schon am Knie auf und dann solltest du auch dementsprechend die Schräglage nicht mehr weiter aufbauen. Wenn du zu schnell bist, geh lieber ein paar Meter weiter. Aber ganz wichtig, drückt das Knie richtig auf den Boden. Ich denke, das war hilfreich. Viele haben es vielleicht vorher unterschätzt. Würde mich interessieren, was du zuerst in die Kommentare geschrieben hast, bevor du dir dieses Video angeschaut hast. Wenn du mich noch nicht kennst, bei mir geht es, wie schon erwähnt, nur um Motorrad und Rennstrecke. Ich würde mich auf ein Abo freuen. Schau auch mal bei mir auf der Homepage vorbei. Es gibt noch ein paar Events dieses Jahr. Jetzt kommen auch bald die Spanien-Events online. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst. Bis dahin und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.